Ich bin dead, glaube ich. Oh mein Gott, hat er mich hat ganz... Ah, ist doch da, Leute. Noch einer da, noch einer im Dings. Einer, einer drin. Dicker, er ist hier. Oh mein Gott, der hat mich jetzt gekillt. Ich habe wirklich überall hingeschossen. Ich habe nichts gesehen, nur da, wo er war, habe ich nicht hingeschossen. Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zum neuen YouTube-Video hier auf meinem Main-Channel, dem KSAR-Channel. Ich möchte hier heute, ja, eine kleine Serie mit euch starten. Ich weiß, die Zeiten sind momentan hart im Warzone. Von dem her habe ich mir gedacht, wir befeuern den Kanal hier mal wieder richtig mit Content vorab. Sehr gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr wisst, wir hatten hier eine Durststrecke auf dem Kanal, deswegen ist der Kanal gerade so ein bisschen down, ja, was den Algorithmus angeht. Deswegen, jedes Kommentar hilft. Heute ist der erste Start der Road to Shillant-Reihe, ja. Ich habe ein bisschen Rank gespielt in den letzten Wochen. Wenn jetzt hier zwölf Videos kommen, zwischendrin auch mal immer andere Videos, dass es nicht zu monoton wird. Ich habe auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten gespielt. Jetzt hier in der ersten Runde beispielsweise mit Kingfile und Varex. Dann haben wir mit Deki gespielt, mit Just, mit Skafology, mit Piero. Ich glaube, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten. Gönnt euch einfach die Road to Shillant, ja, so nenne ich das Ganze. Ist so eine kleine Serie. Ihr wisst, ich habe parallel auch noch den Feini-Kanal, einfach Feini mit Doppel-I am Ende. Wo auch Daily-Videos kommen. Das bedeutet auch, wenn die Zeiten gerade ein bisschen schwierig sind. Was den Spielspaß und generell den Content in Warzone 2 angeht, versuchen wir das Beste draus zu machen. Gerne immer einen Kommentar, einen Like da lassen. Ansonsten lasse ich euch jetzt in das erste Video. Ja, wir haben gestartet mit Platin und unser Ziel ist, wie gesagt, schillernd. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Serie, generell beim Schauen der Videos, die jetzt hier in den nächsten Wochen und Tagen kommen werden. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Wohin wollt ihr? What's the plan? Offensiv einmal, offensiv einmal. Oh, 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 oh. Da kracht's so. Lass erst bei, auf so einem Haus landen, oder? Oder wollt ihr direkt rein? Ja, er, ne, 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 er ist auf dem Haus. Nice. Ey, was jetzt passiert? Es hat gelangt und ganz eventuell ist mir, naja, um... Ah, nice. Einfach zwei Shotguns. Das ist ja komplett geil. Hier, drei Leute, die rennen nach links. Ey, die sehen mich doch auf dem Ding. Lass jetzt... Oh, mein Gott, ich habe ihn gefunden. Warte. Ah, der ist da oben, der ist da oben, ja, der rennt weg. Ich habe halt nur eine Shotgun, ne? Das ist halt bodenlos. Ich habe auch noch eine MX-9. Wo ist er aber? Ist weggelaufen, oder? Hier vorne. Ja. Weak. Ist gestunnt. Ist one-shot. Nice. Lass uns Richtung State City, oder? Ja, einfach nur da. Hier landet eine. Die landen einfach auf uns, auf uns, über dir, über dir. Viele. Ein Stück. Einer Snog. So, Jungs. Oh, Cluster. Das ist meiner, ja. Noch einen, noch zwei, noch der letzte ist hier oben, wenn die kein Self haben. Wenn wir hier jetzt da umgehen, vom eigenen Cluster, Kuss, Cluster. Will, der letzte ist da oben. Ja, aber warum habe ich denn die Diegel in der Hand? Stark, sehr stark. Ich habe die Diegel als letzte Waffe im Gulag gehabt, also damit habe ich den Finish geholt. Und anstatt die Buzz-P hatte ich jetzt die Diegel auch, also jetzt beim Landen in der Hand. Wie dumm ist das denn? Das waren die vom Stronghold. Wir können theoretisch schnell Stronghold einnehmen und oder direkt looten hier die Maul halt noch. Willst du mal kurz auf den Käfig gucken, bitte? Ich gucke. Ey, warte mal, warte mal, fülle hinter dir in der Luft, warte mal. Hier oben, aber schieß vielleicht nicht auf den. Guckt ihr überhaupt zu uns? Ich habe keinen Schuss mehr. Ich muss erst mal zur Menübox. Der kommt halt nicht mehr weit, ne? Der muss da landen. Wir können den gleich spielen. Ja, warte, warte, warte. Jetzt hat der uns gesehen, also mich hat der auf jeden Fall gesehen, aber ihr müsst den eigentlich bekommen. Ich küsse den, ich küsse den, ich küsse den noch. Oh meinst du? Scheiß. Ich habe keine Muni mehr. Hier kommt noch ein Truck, habt ihr Nate? Gar keine Muni mehr, leider. Wo kommt der Tvac? Tvac hier auf der Straße. Oh mein Gott. Oh ja. Aber die, warte mal, die müssen raus, oder? Der fährt jetzt safe ins Wasser. Ja, ist er. Wo ist er? Was ist das? Pardon, Steve. Das muss eigentlich rechts sein, oder? Nee, er ist hier hinten. Hier, hier. Grezzi hat er gemacht. Eins vor Crack, Crack. Okay. Eins vor Crack, Crack. War er allein, oder was? Ich weiß, hier hinten bei mir. Oh, 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 oh. Er ist so one-shot. Er ist so one-shot. Wow, ich fühl mich dem hinterher. Nice. Marker? Schade. Er hat sich rausgedrückt, glaube ich. Er wird von hinten angeschossen. Correct. Fight, dead. Ja, warte, ich finnisch. Ja, hab ich, hab ich. Nice. Get the taps, if you want. Yee. Nie. Nie. Ja, ich war hört, ich habe ihn. Zwischenhörungen. Oh, lol. Er ist jetzt gestorben, deswegen. Eichter. Nee, ich bin wieder sauer. Oh, der kommt ja noch in Ruhe. Dead. Nice. Vor uns eigentlich irgendwo, das kommt ja irgendwie. Ja. Ich höre was reden auch. Lass mal ansonsten hier das Haus so in die Richtung von da spielen. Ja. Mhm. Ja, die Smokers von hier auch. Am Shop, am Shop, oder? Ist da nicht ein Shop? Ja, stimmt, da ist ja ein Shop. Ja. Ja. Ich bin noch ein Smok. Ich bin dead, glaube ich. Oh mein Gott, hat der mich hat ganz... Lol. Ah, ist da drei Leute? Einer nackt? Einer, zwei, drei. Noch einer da. Noch einer im Dings. Einer, einer drin. Dicker. Er ist hier. Oh mein Gott, der hat mich jetzt gekillt. Nice. Ich habe wirklich überall hingeschossen. Ich habe letztens gesehen, nur da, wo er war, habe ich nicht hingeschossen. Wir sind da hinten am Haus, hier. Ich habe, äh, Dings. Einer, sie break. Prezi. Prezi. Auf dein Haus, okay. Ja. So traurig gesagt, ja. Shit. Ich pushe hier mal ein bisschen ab, Jungs. Ich habe eh Geist, weißt du? Versuche hier mal... Die sind halt schon oben, ne? Ja, ja, ja. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt über den. Aber? Warte, ich bin hinter den, ich bin hinter den. Drei Stück, ja. Vielleicht kann ich einen rausziehen. Den kann ich nicht. Rausziehung eingeleitet. Noch einen, noch. Schöner, macht das gut. Die Rainbow Queen. Liebe Grüße. Ich pushe das jetzt einfach, Jungs. Ganz viele Leute auf Twitter auch wieder getriggert von dem Namen Rainbow. Musst du aufpassen. Bitte mich hier hoch. Die sind schon einfach da hinten. Digga, das sind ja wirklich die schnellsten. Oder so. Die sind einfach schon da. Einer ist hier. Der andere ist da. Die ziehen ja komplett durch. Die drehen sich nicht mal um. Noch mal knock. Knock, knock. Rainbow Queen. Kingly Dennis. Einer ist nach rechts, oder nicht? Hat hier gerest, direkt vor mir. Der letzte ist ein bisschen weiter hinten. Der letzte ist hier unten. Nee, 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 nee. Nichts. Ah, scheiße. Hier unten ist einer, der andere ist bei der Tanke. Ah, wie ein Wort wollen wir da machen? Wollen wir über rechts, I guess? Oder wollt ihr über links? Mir ist egal. Komm mal her, hör's. Hier. Oh, nice. Danke. Einer ist oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Wo ist das denn? Ich hab wirklich gar nichts getroffen, wollte ich euch nur kurz sagen. Und ich bin sehr weit hinter euch. Ist hier links rein, glaube ich. Einer ist weg hier. One-Shot noch. Ich mach mal ne Drohne an. Schön, lecker. Das sind so viele. Was passiert jetzt? Ich will's gar nicht wissen. Er hat hier Tür aufgemacht vor mir. Schädel. Zwei hoch. Was passiert jetzt? Also, also warte mal ganz kurz. Und der spielt, der spielt P-Loft. Das ist halt ein Meter leider. Ja, ne? Ich bin gerade da. Zu dir kommt noch einer. Also irgendeinen Werfer hat der halt gespielt. Und dann holst du jetzt zwei. Ich will einfach nur auf seinem Kopf landen. Oben ist gar keiner, ne? Ja, ne. Ist erst gerade unten. Ne. Dann geh ich mal zu meinen Waffen hier. Ja. Sind es auch niemals immer noch. Einer ist aber noch hier bei mir. Hast du den? Ja, den habe ich. Aber ich weiß nicht, was seine Mission war. Ich habe jetzt auch nicht meine Waffen, aber ich habe Waffen. Passt. Okay. Ist so gut. Ich habe hier einen hier. Preetz im Mörserschlag. Einer hier noch. Das ist der. Ich mache Dings da rein. Molotow. Der muss da jetzt rauskommen, ne? Unter dir. Ja. Der Smog. Das ist meine, das ist meine, das ist meine. Er rennt durch, er rennt durch. Ich habe ihn erst noch von irgendwas. Ja. Hinter mir kommt noch was. Noch was hier. Kein Aim Assist. Aufwendig. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich gehe in die Zone und finne ich den, weil er ein Peeler spielt. Passt. Ich wirf eine Smoke. Da, wo wir uns der Lodi oben haben müssen. Ja, ja. Ja, lass dir erst mal Bank. Wir können unten Bank rein. Wir können unten Bank rein. Ja, wollen wir eigentlich jetzt schon rotieren? Wir müssen halt Zone ist halt erst. Ja, ja. Lass machen. Lass machen. Lass machen. Nehmen uns. Nehmen uns. Kluss. Egal. Weiter, weiter, weiter. Weiß Smog. Smog. Aber Smog. Oder? Was? Lass. Ja, da fliegt einer von unten. Ich sehe es. Ja, ja. Mehrere. Mehrere. Ja, lass weiter. Lass weiter. Einer ist nach oben geblieben. Das ist der letzte von denen, oder? Warte mal. Der ist der letzte. Warte mal, können wir den beamen? Können wir den beamen? Der wird gleich runterspringen. Ich hatte einen. Ich hatte einen. Ich hatte einen. Wenn ihr den holen. Wenn ihr den holen könnt. Wo ich war, Variks. Da bei den roten Autos. Versuch da hinzulaufen, Variks. Genau da. Ja. Da ist ein Shop und goldene Maske. Hatte ich. Und Shop. Und Shop. Ja. Weil Shop schwer wird. Aber. Nein. Wir müssen hier jetzt kommen, ne? Ja. Über uns. Über uns. Wo wir hingehen. Ja, lass unten, lass unten durch. Lass unten durch, hier. Versuch vielleicht einen Shop einfach mal hinzuwerfen. Ja, oben, 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 oben. Das ist gar nicht gut. Was ist mir hier oben? Ich hab halt keine Gasmaske, bro. Versuch einen Shop einfach irgendwo hinzuwerfen. Vielleicht kommt der noch hin. Oh mein Gott. Ja, bleibt einfach. Ist okay. Ich hab auch nur zwei Smugs. Aber es ist gut, der Shop. Du kannst safe einresen. Nice. Oh, Flair. Pizza. Pizza. Okay. Mit den anderen Resen. Lauft es. Lauft es. Stark. Ganz stark, du bist schön. Sehr stark. Geiler Tipp. Frage ist, was machen wir jetzt? Wir müssen gleich, eigentlich müssen wir zusammen landen. Digga, er schießt schon auf mich einfach. Junge, spring mal lieber. Das nervt ja so. Luis, ich lande bei dir. Oh, weiß er nicht. Ja, was soll ich machen. Nein, genau. Ja, ich hab zwei Moni hier. Und dann ist auch nicht nice. Stark, das. Die bin oben gucken. Der Shop könnte gehen, maybe. Wenn die Zone rüber geht. Ja. Oh mein Gott. AX Signal oder so. Wenn du willst, kannst du bei mir landen, wenn du es schaffst. Ich bin in der Zone, ich hab goldene Maske und ich kann dich resten. Das sind alle oder zu dir eigentlich. Okay. Dann erst. Warte. Top 5. Es sind halt so viele in der Luft. Es sind alle in der Luft. Außer die halt. Egal, wenn ich hier nicht noch gehe. Ich bin so chilling. Einer ist hier. Boah, schön. Kein Pressure, aber 11 ist eher noch der Uprank. Ah. GG. Aber 5 war eck. Ja, Top 5 war stark. Pfade. Wenn ich da nicht gesnipet werde, gewinnen, also haben wir auf jeden Fall noch viel mehr Unlucky. Wo hat der mich denn gesnipet? War der noch irgendwo oben? Weil ich war doch schon so am Wasser. Einer war mit Maske oben auf dem Tor. Oder auf diesem Hochhaus.